Hallo meine Freunde, da ist Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit dem zweiten Part. Bart. Part. Reimt sich. Part-Bart. Part-Bart. Wir machen jetzt einen Part-Bart. Ein Bart. Hey Mann, bist du Troy? Magst du den Kleid? Und magst du es, dich wie ein Dummkopf zu verkleiden? Schau dir das Foto an. Das hat doch ein 8-Jähriger gemalt. So bewährte meinen Namen. Body name suck! Ähm, hallo? Ich hab hier ein Paket für jemanden. Jetzt gibt's Ärger. Und es wird noch härter. Nicht so gut wie Team Rocket. Boys, I'd like to have a long chat with your guidance counselor. Nap times! Ich bin der große Mark. Junge, Junge, wer schneidet dir die Haare? Aber du bist nur ein Kind. Deine Augen zeigen mir deine größten Ängste. Und deine Augen sagen mir, dass du zu viel Zeit auf dem Subreddit von Steven Universe verbracht hast. Erlaub es mir, dir zu zeigen, wie sehr ich den Erdboden liebe. Also seine Augen sehen eher aus wie, dass er vielleicht was genommen hat, was Falsches eingenommen hat. Vielleicht war die Suppe nie mehr ganz frisch. Wo entstehen Veganer dann? Können wir jetzt endlich kämpfen? Lass mich dir in glorreichen Details erzählen. Warum mögen jetzt Leute diese Generation? Hey, you got any wak wak? Keine Ahnung. Oh, schnell ab, rette dich selbst. Ach, uns gefallen deine Farben nicht. Ähm, Entschuldigung? Du kommst dir nicht mehr lebend raus. Ich weiß nicht, wer die Boge bet... Man weiß, woran mich das erinnert. Ihr kennt doch Comedy Suite. Und der Simon, der hat sich doch immer als... Da gibt's eine Figur, da spielt er so einen Rocker. Und dann läuft er doch auf den Straßen so rum, so. So übelst... Auf den ersten Blick denkt man, okay, mit denen sollte man lieber nichts machen. Und dann so... Ja, wo ist denn hier der nächste Weg zum Bahnhof? Das fände ich so geil. Seltsam, ich bin mega da. Welche dazu hat, hierher zu kommen? Sorry, ich glaube, ihr habt den falschen Typ jetzt hier erwischt. Baby, du denkst, dass ich so blöd bin und glaube, dass du keiner von Team Velo bist? Wenn du in unsere Arena kommst, solltest du auch ein bisschen Respekt mitbringen. Moment mal, das ist doch eine Kurve. Das ist jetzt gehört zu uns. Wir werden dich jetzt mystifizieren. Check out Shaw, baby, yeah! Wir machen hier eine Massen-Orge, hmmm. Seckschen, euch allen! Ich liebe jeden von euch! Nein, ernsthaft, ihr alle seid scheiße. Geh weg, folgt mir auf Twitter. Warum muss ich hier Halt machen, um in die Story weiterzukommen? Okay, du, mit den weißen Haaren. Willst du in America's Next Topmodel sein? Hä? Meinst du mich? Äh, ich mach diesen Mädchen-Kram nicht mehr. Ich bin ein Junge. Ja, okay, du bist jetzt ein Mädchen. Also komm her. Meinst du wirklich, ich hab das Talent, ein Schönheitswettbewerbsmeister zu werden? Ja, also, nimm einfach diese Poker-Riegel und geh raus auf die Bühne. Also, ich muss sagen, die Riegel möchte ich auch gerne vernaschen. Also, die hätt ich auch gerne, ne? Also, wenn ich so eine engesgleiche Stimme dann bekomme und besser aussehe, obwohl das bei mir nicht hilft. Also, ich hab schon versucht mit, ähm, ich hab Leute gefragt, draußen auf der Straße, ob die mir mehrmals ins Gesicht schlagen können. Mit, ähm, Gegenständen, das hat leider nicht geholfen. Ähm, danach bin ich ja in ein Krankenhaus gelandet und die Schönheitsoperation, das ist halt das da draus geworden, so. Also, ja, also, da würd ich doch lieber dann so eine, äh, Pille versuchen. What a Tarnation is this shit! This shit trickery! I love all of you! Man! Oh Gott, das tut mir so leid. Ja, Kindchen, du warst ziemlich scheiße. Aber hier, nimm dieses Pika-Chart und verschwenden. Hey, ich brauch diese supergute Timm. Hallo? Such mich erst. Hallo, Merm. Geil. Ich muss sagen, der, der zweite Teil, äh, der war wieder mega geil. Ich hab halt immer noch, die große Frage, okay, es kommt nix mehr, hab halt immer noch die große Frage, ich, also, was hat der Creator genommen? Ist halt immer noch so meine Frage. Äh, oder hab ich vielleicht was falsch gesagt? Genau. Ich finde, ich finde die Teile so geil, so legendär. Ähm, der dritte Teil wird bald auch noch folgen. Ähm, guckt definitiv Dativ Akkusativ, äh, zuerst seine Videos an. Liked seine Videos, wenn sie euch gefallen. Lasst einen Kommentar da und wir sehen uns, ähm, ja, im nächsten Part oder im nächsten Video. Bis dann, haut rein und tschüss! Bis dann, haut rein und tschüss!